Dein Unternehmen möchte endlich neben der Führungslaufbahn auch die Fachkarriere, auch als Fachlaufbahn oder Expertenlaufbahn bezeichnet, als Karrierepfad etablieren? In diesem Video zeige ich dir die fünf wichtigsten Themenbereiche, die für eine erfolgreiche Einführung der Fachlaufbahn behandelt werden müssen. Damit könnt ihr mit Plan und Verstand an die Sache rangehen, denn die Tücken stecken im Detail. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Die Expertenlaufbahn ist leider in Deutschland nach wie vor absolute Mangelware. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in dem das funktioniert, vielleicht machst du selber die Expertenkarriere, dann schreib bitte in den Kommentar rein, hier klappt es. Vielleicht magst du auch reinschreiben, bei welchem Unternehmen du bist, denn es gibt viele Mitarbeitende, die genau nach einem solchen Unternehmen suchen. Und Unternehmen ohne Fachkarriere werden zukünftig, davon bin ich überzeugt, noch viel mehr unter dem Fachkräftemangel leiden. Also, wenn du in einem Unternehmen bist, in dem es die Fachkarriere gibt, dann schreib bitte unten rein. Wenn du eigene Erfahrungen gemacht hast, dann schreib auch deine Erfahrungen rein. Warum sage ich, dass Unternehmen, die keine Fachkarriere anbieten, in Zukunft noch mehr unter dem Fachkräftemangel leiden werden? Nun, weil es sicherlich so ist, nee, nicht sicherlich, sondern weil es so ist, dass die Führungslaufbahn nicht mehr ganz so attraktiv angesehen wird, als das früher noch der Fall war. Vor 20, 30, vielleicht auch vor 10 Jahren haben viele darauf, naja, sich konzentriert, eine Führungsposition inne zu haben, weil es dann entsprechend Geld gab oder entsprechende Fördermaßnahmen. Das ist aber nicht mehr so attraktiv. Stattdessen wollen sich viele Mitarbeitende eher auf ihre inhaltliche Arbeit als auf eine klassische Karriere konzentrieren. Was ist also zu tun? Erstens, Fachkarriere als echte Laufbahn etablieren. Die Fachkarriere, naja, die Fachlaufbahn, das bedeutet, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beruflich weiterentwickeln können und eine echte Karriere machen können, während sie sich auf ihre fachliche Expertise konzentrieren und eben keine Personalverantwortung übernehmen. Das ist eine Veränderung im Mindset, dass wir sagen können und dass die Mitarbeitenden sagen können, ja, es ist eine echte Karriere in einem bestimmten Umfeld einfach die Beste oder der Beste zu werden und uns eben nicht damit beschäftigen müssen, andere Menschen zu führen. Wenn wir diese Möglichkeit schaffen und das als echten Karrierepfad entwickeln, gibt das eben ein hochattraktives Angebot für die Menschen, die von sich aus einfach viel stärker in die Tiefe gehen wollen, als eine Hierarchiestufe nach oben klettern und dann Personen zu führen. Zweitens, die Auswahl von Führungskräften muss auf dem Führungspotenzial basieren. Was will ich damit sagen? Klassisch ist es nach wie vor so, dass die beste Expertin, der beste Sachbearbeiter zur Führungskraft befördert wird. Ja, so können wir aber nicht weitermachen. Sprich, wir brauchen andere Förder- und Auswahlsysteme, um rauszufinden, ist jemand jetzt eher für eine Fachkarriere oder eher für eine Führungskarriere geeignet. Das wird auch dazu führen, dass es Führungskräfte geben wird, die eben nicht mehr die Beste oder der Beste in der Fachlichkeit sind, sondern Menschen, die wir ausgewählt haben, weil sie Führungspotenzial haben, weil sie Führungsfähigkeiten haben und sich auf die Führung von Menschen spezialisieren wollen und eben nicht auf inhaltliche, einzelne Themen spezialisieren wollen. Aber wie gesagt, das bedeutet, dass unsere Auswahlverfahren sich auch verändern müssen, dass die Führungskräfte, die andere dann auch auswählen und befördern, auch ein Mindset-Shift hinbekommen müssen. Und genauso muss das auch im HR- und im Personalbereich eben passieren. Damit übrigens diejenigen dann für eine Führungskarriere ausgewählt wurden, auch richtig vorbereitet werden, dazu gibt es das Bootcamp für Führungskräfte. Mehr dazu findest du hier oben. Kommen wir zum dritten Punkt. Der Einfluss muss gleichgestellt werden. Was meine ich mit Einfluss gleichstellen? Nun, der Einfluss von Menschen mit Führungsverantwortung ist ja meistens höher als von jemandem, der keine Führungsverantwortung hat. Und das ist ein echter Knackpunkt, dass jemand, der die Fachkarriere macht, eben nicht jemand sein darf, der quasi eine Karriere zweiter Klasse macht. Und genau das passiert sehr oft. Dass dann, wenn beispielsweise eine Expertin eine Entscheidung vorbereitet und eine andere Führungspersönlichkeit, Führungskraft da ist, die eben 20 Leute führt, dass dann häufig eher der Person mehr Glauben geschenkt wird, die eben sagt, naja, ich führe 20 Leute, ich habe da viel mehr Erfahrung mit, ich weiß viel besser Bescheid, was das dann für die 20 Leute bedeutet, als was eben die Expertin hier entsprechend vorschlägt. Bei euch ist es hoffentlich nicht so, aber bei der Einführung eben der Fachkarriere muss beispielsweise auch in Gremien zusammensitzen und dafür gesorgt werden, dass dort beispielsweise neben einem Bereichsleiter mit 500 Mitarbeitenden auch eine Expertin sitzen kann, die null Personen führt und beide haben genau das gleiche Stimmrecht und werden genauso angehört, wie eben alle anderen auch, die in dieser Ebene drin sind. Also die Fachkarriere darf keine Karriere zweiter Klasse sein. Wenn dieses Video erster Klasse ist, dann drückt doch jetzt bitte auf den Daumen nach oben Knopf. Der vierte Bereich, der beachtet werden muss, sind die Belohnungssysteme, die angepasst werden müssen. Früher, was heißt früher, auch jetzt, in vielen Führungslaufbahnen gibt es entsprechende Belohnungssysteme, die damit einhergehen. Wenn du eine Teamleiterfunktion beispielsweise inne hast, dann kriegst du vielleicht einen Firmenwagen, Bonuszahlungen, den Titel, Altersvorsorge, was auch immer dort als Förderung mit dabei ist, wenn man Personalverantwortung übernimmt. Das darf ja auch weiterhin so sein. Ist ja super, völlig in Ordnung, spricht gar nichts dagegen. Aber genau das Gleiche muss auch für die entsprechende Expertenlaufbahn gelten. Und das ist schon ein bisschen aufwendiger, dann dort auch etwas Vernünftiges und Faires zu konzipieren, sodass wir eben auch entsprechend dem Einfluss dann auch vielleicht verschiedene Ebenen der Bonuszahlungen oder sowas haben. Aber wichtig ist, dass wir eben nicht sagen, dass, naja, wer Personalverantwortung hat, der hat Anspruch auf, ich weiß nicht, ob das Auto noch so wichtig ist, aber eben auf entsprechende Bonusleistungen. Das darf nicht damit verankert sein und es darf nicht bei der Fachkarriere fehlen. Denn wenn es bei der Fachkarriere fehlt, dann ist die ja weniger attraktiv. Und dann sagt vielleicht auch eine Expertin, die eigentlich gerne die Expertenlaufbahn machen würde, aber einfach mehr Geld verdienen muss. Dann mache ich halt doch die Personalführungsverantwortung. Mag ich zwar nicht und ich habe auf das andere mehr Lust, aber nur dort habe ich die Chance, mehr Geld zu verdienen. Das darf nicht der Fall sein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Förderprogramme werden ausgeweitet. Wir müssen zum einen dann für die Experten und Expertinnen entsprechende Förderungsmaßnahmen definieren. Und es ist nicht nur Fachlichkeit, sondern eben auch Soft Skills. Nicht unbedingt Personalführung, aber Zielorientierung, Kommunikation, Beeinflussung von anderen Menschen. Das müssen auch Experten beherrschen. Umgekehrt müssen auch Führungskräfte ein gewisses Fachwissen beherrschen, aber noch viel mehr entsprechende Führungsfähigkeiten. Dazu dient übrigens unter anderem eben das Bootcamp, das ich schon angesprochen habe. Und beide, sowohl die auf der Expertenlaufbahn als auch die auf der Führungslaufbahn, die müssen auch lernen, wie man miteinander kommunizieren kann. Richtig gut. Denn da gibt es ganz, ganz oft die größten Schwierigkeiten, dass eben Experten und Expertinnen nicht so gut mit den Nicht-Experten kommunizieren können. Und umgekehrt auch, wenn man entsprechende Fördermaßnahmen dann auch miteinander verknüpft, dann können wir es schaffen, das wirklich gut miteinander zu integrieren. Weitere Informationen zur Fachlaufbahn habe ich übrigens in einem Artikel zusammengefasst, der ist in der Beschreibung für dich verlinkt. Und jetzt abonniere noch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und mehr über das Bootcamp erfährst du hier. Und hier habe ich noch ein tolles weiteres Video für dich rausgesucht. Und denke immer dran, Glück ist ein Talent.